Seid gegrüßt Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Revelation. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde, für eine weitere Meister-Assassinen-Mission. Auch hier könnt ihr einfach einen Assassinen nehmen, der Stufe 10 hat. Der Kämpfe, während der Verfolgung auf den Dächern bleiben, das sollte nicht allzu schwierig sein. Mentor, habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe eine Bitte. Ich bin gespannt, Sie zu hören. Ein hiesiger Drucker erhielt heute eine Drohung, die wir ernst nehmen sollten. Ich glaube, die Templer wollen ihn verstummen lassen. Ich würde seine Gegner gern herauslocken, indem ich vorgebe, ihn an einen anderen Ort zu geleiten. Und wozu braucht ihr mich dabei? Ihr sollt die Verfolger verfolgen. Wir gehen ganz offen, während ihr unentdeckt bleibt. Moto bene. Bleibt in der Nähe und tötet alle Templer, die ihr findet. Sie könnten überall sein. Mal sehen, ob die Armbrust bleibt. Gnade! Ich habe nur nicht gute Tage. Wo sind die Wachen? Geh. Nein, nein, nein. Geh. Nein! Nein! Geh. Nein! 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 Ich habe nichts wie weg hier! Hilfe! Das war der Minus 2. Gnade, ich habe doch nichts getan. 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 Da nichts will ich dir zu tun haben. Nemo, beschütte mich. Seid gegrüßt, Defendant. Seid gegrüßt, Defendant. Haltet ein, Assassine. Auf diesen Mann ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Ich werde nicht schweigen. Niemals! Sehr gut. Jetzt. Ich versuche, euch zu retten. Norma. Bleibt hier, bleibt versteckt. Mein Assassine braucht Hilfe. Ich bin sehr basiert in den allerneuesten Heilungsanwendungen. Ich kann nur einen kleinen Beitrag leisten. Was ist geschehen? Wer war dieser Krieger? Ein rechter Hühne, nicht? Nie sah ich die Templer mit solch brutaler Gewalt vorgehen. Heute konnte ich ihn besiegen, aber wirklich nur knapp. Seid wachsam. Der kommt zurück. So, das war es für der Campe. Schönen Abend noch. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere Folgen sehen möchtet, dann wisst ihr ja was zu tun ist. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Dom.